Guten Tag, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal und heute steht eigentlich so ein Treff, der ist seit Weihnachten und auch nicht klar, aber hier ist es möglich, sich wieder zu holen und daher hier sehen wir uns zum Jungs in das Treff. Ich kenne euch nicht. Ich wollte gerade sagen, im Studio on Tour. Hi. Hi. So, Moment. Hast du einen Test gemacht? 20 mal im Jahr hier in Nürnberg, denn immer noch kein Plan von dem Band ist gemacht. Das ist ja echt so schön. Und zwei hier, ja? Ja, hab ich dann auch gemerkt. Bin ich schon auf Sendung? Ja, geht dann für Zeit. Alles gut? Alles gut? Moin, Servus! Das ist ein Lächeln. Wie würdest du sagen, dass du etwas kompensierst? Kevin, kleines Interview. Heute, Tube Nürnberg, nach so vielen Jahren, wie findest du es? Hammer. Geil. Geil. Geilstes Gefühl ever. Super. Und was sagst du zu Formel 1? Hammer. Was sagst du zu Fußball? Ähm, nichts, weil ja noch nichts läuft hier. Und jetzt die allerwichtigste Frage. Was sagst du zu Sky? Moch. Jawoll, das war die richtige Antwort. Das war die richtige Antwort. So, ich übergebe an dich. Wo hast du das Mikrofon jetzt her? Ich weiß nicht, das war gar nicht so. Wie lange willst du das Mikrofon machen? Ey, damit siehst du richtig aus wie diese 80er Jahre TV-Hosts. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind bei The Price is Right. Armin, machst du dir? Ich bin der Armin. Oder auf YouTube. Wieder auf den Plastik. Da fange ich halt an. Ich halte es tief. Manche kennen mich schon. Komm sehen, hören. Wir sind die Art und Weise. Hi, ich bin Vivi. Ich bin auf Twitch und Instagram, hauptsächlich unterwegs. Jo, ich bin der Marco. Ja, wir nehmen alles auf. Ich mach groß. Ich mach groß. Spaß rein. Ich bin Max. Ich habe mit Ihnen zusammen Kanälen gehabt. Ich fühle Ihnen weiterhin. Welche Themen treten? Ich bin Ivaro. Ich bin bei Musik-Karteileiche. Also wirklich. Das letzte, was ich gemacht habe, war die Artikel-3-Plemo. Hi, ich bin der Erkopf. Ich brauche mit Kevin zusammen auf Twitch und YouTube werden. Hallo, ich bin der Tom. Ich war jetzt einige Jahre auf Twitch und YouTube aktiv. Ich hab da eher so ein eigenes Ding gemacht. Ja. Hi. Ich bin der Herring. Ich glaub, das sind schon zwei Leute. Ich kenn mich jetzt eigentlich gar nicht an. Ich war... Ich bin der Martin. Also ich bin der Bernd. Ich hab einen kleinen Studienkanal auf Twitch und einen kleinen Gandykanal auf YouTube. Wobei der gerade bisschen forciert, weil ich durch meine Arbeitsgegebenheit nach der habe ich noch nicht an. gerne mal mehr auf. Ich bin der Himmel. Und dann... Ich hab mich gerade bei ihm und ich fühle ihn. Ich höre mich über die Welche. Ich würde mich den ganzen Tag weiterentwickeln. Hallo, ich bin der Armin, ich bin Mitorganisator von Tube Nürnberg und wir sind insgesamt zu dritt und haben uns vor zwei Jahren zusammengefunden, wieder ein Treffen zu veranstalten für die Szene aus Nürnberg und um Nürnberg rum, für alle Creator, die was mit Social Media zu tun haben, im Bereich YouTube, Instagram, whatever, was es noch alles gibt. Und ich bin dazu gekommen, weil ich im Vorfeld schon in kleinen Gruppen Sachen veranstaltet habe, was YouTube-Treffen betrifft und ist wieder eingeschlafen und dann haben wir uns doch wieder zusammengefunden mit anderen Leuten und ja, jetzt freuen wir uns, dass wir hier sind, dass wir das wieder veranstalten können und hatten heute ein erstes Treffen, mal wieder seit zwei Jahren nach der Bände B. Das lag einfach so rum. Ja, bei ihm in der Fertigke. Ach so, ach das ist dein? Ja. Das ist ein Riesenbuch. Ja. Ach so, ist es mit der Kamera jetzt verbunden? Ach so, ja dann musst du mir sagen, hallo. Hallo, es ist doch hier. Ja, hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Benjamin filmt, lass ein Like, Abo und alles da. Ja, das ist ein Riesenbuch.